Hallo und Halleluja! Ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam im Advent auf die Suche zu gehen nach Gottes Spuren in Filmen. Es wird jeden Adventssonntag ein kleines Video von mir geben, was jeweils einen Tor-Film bespricht und eine Bibelstelle, nämlich die, die sonntags bei uns in den Kirchen gelesen wird. Die werde ich gegenüberstellen und gucken, wo kann dir und mir Jesus, wo kann Gott uns begegnen in der Bibel und in einem der Tor-Filme. Bis nächsten Sonntag, bis zum 1. Advent!